Hey, yo, YouTube, was geht ab? Wir haben wieder am Start, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wir sind wieder in meiner Werkstatt hier. Wir werden wieder heute arbeiten, Leute. Wir haben letztens ein bisschen Faxen gemacht, ne? Muss auch wahr sein, Leute. Habt ihr Bock drauf, mich in der Werkstatt wiederzusehen? Lasst gerne einen Like, da oben den Channel, den Glock aktivieren. Und ich würde sagen, wir warten mal hier gleich auf unseren ersten Kunden, Leute. Irgendwer hat also, es wurde ein Termin online hier bei mir gebucht, aber ich weiß noch nicht... Oh, ich glaube, da kommt der. Oh, da bin ich mal gespannt, wer das ist, Leute. Oh, ein schöner, ein schöner BDW. Oh, The Rock! Wow, 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 The Rock! The People's Jam, yeah. Ich hab dich früher mal geguckt, als ich noch klein war, als kleines Kind. Ja, okay, und jetzt? Ja, ehre, dich zu treffen. Hast du einen Termin bei mir? Ja, mein Manager hat einen Termin gemacht, ja. Oh, okay, look. Ey, was kann ich für dich machen, The Rock, Digga? Ich mach alles. Easy peasy, gar kein Problem. Okay, hör mal auf zu reden jetzt hier, ja? Du machst mir diesen Wagen voll Gold. Voll Gold, okay, okay, okay. Kriegen wir easy hin, Alter. Ja, easy, find ich. Okay, und dann, du liefst zu mir nach Hause, yeah? Ja, wo, wo wohnst du? Oh, mein Manager schickt dir Adresse, ja. Okay, okay. Ey, The Rock, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du ganz kurz sagen, hier, ich grüße Hemse und ich grüße Malik? Alter, wie seh ich denn aus, ey? Mag erst mal mein Auto, dann können wir reden, ja? Ja, okay, Alter. Oh, schade, Leute, ich hab gedacht, ich hab gehofft, den Grüßt von meinem Bruder. Ja, hol die Lamborghini. Ey, kannst du alles, alles, ihr Auto mit, du, kein Problem. Mach's gut. Ja, okay, Leute, komm. Okay, bis morgen, ja. Ja, bis morgen, tschüss. Äh, soll ich bis morgen jetzt warten? Ey, Leute, ich mach den so schön wirklich fertig und werd den dann direkt suchen gehen. Wie gesagt, er wird vielleicht hier meine Brüder grüßen. Ich hab ja früher als Kind schon so viel wie weh geguckt, Leute. Aber gut, ne, ich kann auch verstehen, Leute, wenn man viel zu tun hat, hat man, äh, reicht ja. Da soll ja nicht jeder jetzt einmal auf den Sack gehen. Okay, Leute, zu färben bringt erst mal nichts. Wir müssen erst mal Neonlicht da reinklatschen. Ich denke mal, wir werden da so einen leichten Gelbton reinmachen. Das sieht, glaube ich, am besten aus. Ah, natürlich muss ich auch mal hier fertig drücken. Oh, na, verdammt, jetzt hab ich da auszusehen schon. Oh, Leute, ihr wisst doch, wie das läuft. So, und es aktiviert das Neonlicht. Und wir werden natürlich auch den Smoke dann auf gelb machen. So, und natürlich auch getönte Scheiben, weil The Rock will nicht erkannt werden, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, haben wir gekauft. Perfekt, Leute. Jetzt muss ich in die Werkstatt gehen, Leute. Ich muss die ganze Karosserie abbauen. Ich muss das machen. Ey, das wird so ekelhaft dauert lange. Das Ganze werden wir natürlich dann erstmal skippen jetzt hier. Ich werde jetzt hier schnell alles in Gold machen, Leute. Und dann geht's richtig los, Alter, Leute. Gehen wir The Rock besuchen. Wie geil ist das, Leute? Ich hab The Rock kein Deal erinnert. Let's go. Und bam, Leute. Was hab ich nicht gesagt, Leute? Guck mal, wie krass das aussieht, Leute. Schönen Gold. Wollte ich mal ganz kurz hier nochmal schön sauber machen, ja, damit The Rock schön zufrieden ist. Ich werde kein People's Elbow von dem Kriegen hier. So, okay, 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 okay. So, perfekt, Leute. Alles sauber gemacht. Alles finito. Super. So, jetzt drehen wir ganz kurz einmal hier um. Und dann fahren wir direkt zu ihm nach Hause, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das wird so babbel. Das wird so babbel. Warte mal, ganz kurz Navi einstellen. So, so, so. Okay, Leute. Navi ist alles eingestellt. Oh, ich bin so hype, Leute. Ihr müsst halt wissen, äh, das kleine Background-Story, Real-Life-Story, könnte man schon fast sagen. Ich war damals, als, äh, ich guck, seit Wrestling, seitdem ich ein kleines Kind bin, ja. Meine, meine, meine älteren Brüder und meine Mutter haben mich irgendwie auf die Couch gelegt und dann haben wir einfach Wrestling ganze Zeit geguckt, ey, ja. Ich hab nichts von schon was gemacht, weil ich schon Baby war. Aber auf jeden Fall hab ich mich groß geworden. Deswegen ist das, oh, 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 mein Gott. Nix mit Rocks Auto passieren. Deswegen ist das für mich so eine krasse Ehre, mal einen so zu treffen, Alter. Einen von den OG-Restern, so den bekanntesten Leuten. Ihr kennt ja auch alle. Von Fastnip-Videos, von Jumanji, Leute, von so vielen Filmen. Ey, das wird richtig krass, Leute. Und wir dürfen, wenn wir den, ja, hinkriegen, dass der da zufrieden ist. Ey, du Trottel. Aber ich glaub, wie wir das kurz vorhin auch mal reparieren, alles, ja. Mein Werkzeug hab ich immer dabei. Ey, was für ein Trottel. Auf jeden Fall, Leute, vielleicht krieg ich ja noch mehr Wrestling irgendwie ran oder so. Auf jeden Fall. Ey, das ist überwältigend für mich. Leute, wir fahren erst mal zu The Rock und wählen mir das geile Auto aus. Ich war, let's go. Okay, Leute, wir sind angekommen. Oh, er... Hätte ich mir auch da angekommen, Leute. Ohne Witz. Wenn neue reiche Leute reinkommen, dann kommen sie immer in die Playboy-Ville. Oh, hallo, ich muss einmal durch, bitte. Hey, einmal aussteigen, das ist ein Fahrzeug, bitte. Ja, guten Tag. Wo wollen Sie durch und wo haben Sie Ihr Papier für durchkommen zu The Rock, The Rock City? Äh, 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 ich hab das Auto für The Rock getunt. Sein Manager hat mir die Adresse gekriegt, soll das einmal hier ausliefern. Ja, warten Sie hier, ich werde das Auto selber reinfahren. Ja, warte, nein, 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 stopp, stopp. Ich muss einsteigen. Ja, er hat mich auch nicht bezahlt, ich brauche die Bezahlung auch. Ja, warten Sie vor der Tür, hab ich gesagt. Nein, 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 ich komm mit rein. Nein, 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 nein. Sehen Sie das in meine Hand? Gucken Sie mal. Sehen Sie das? Digga, was denn? Ey, sehen Sie das, ha? Ja, ist ja okay, Alter, ich will heute bezahlen. Ah, siehst du? Ich schmalsfeuhr. Du hast Glück gehabt, Kleiner. Was, was für Glück gehabt? Du hast Glück gehabt. Ich glaube, du weißt nicht, wo du hier gerade bist. Ja, ja. Ja, was ist los, The Rock? Hey, wo ist ein... Okay. Was soll das? Ich bin nicht dafür trainiert, um Wrestling zu machen. Hey, The Rock, wo ist mein Lambo? Hey, lass mich runter! Oh, lass mich runter! Bitte, bitte, lass mich runter! Geil, Rock-Button, hör auf mit den Rock-Buttons, bitte! Was für Fake? Ich weiß, dass Wrestling geskriptet ist, aber... Ah, Digga! Entschuldigung, ich wollte kurz sagen, also Wrestling ist Fake, ja? Nein, das hab ich nie gesagt! Okay, Jeffrey, komm mal her, ich zeig dir, wie ich echt was nenne ist. Yeah. Und zwar, ich werde jetzt mit Jeffrey, ich werde jetzt mit ihm eine Move machen, eine Spezial-Move. Oha, Leute, der macht Rock-Button. Manchmal, Leute sterben dabei, ja? Mal gucken. Oh mein Gott, der will die Rock-Button machen von da oben! Rock-Button! Oh, das muss wehgetan haben, Leute. Oh, ich glaub, ich hab... Oh, scheiße, ich brauche keine neue Manager. Ja, aber, äh, The Rock, komm mal bitte! So, denkst du immer noch, Wrestling ist Fake, oder? Ich hab nie gesagt, dass Wrestling Fake ist! Ich bin ein Wrestling-Fan seit Tag 1! Ich hab gerade meine Manager gebraucht, ja? Ja, das ist... Obwohl, ja, das... Ich bin nicht traurig, ich bin nicht traurig, ich bin nicht ehrlich. Aber, was ist das hier für ein... Ist das mein Lambo? Ja. Digga, The Rock, was kannst du doch nicht so machen, Alter! Der war irgendwie kaputt, der war total scheiße, Alter! Ja, es liegt Schnee, da kannst du nicht so krass draufbrettern! Ich krieg's noch runter... Oh, komm, 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 komm! Oh! So! Kannst du doch reparieren, ne? Ja, muss ich, ja. Aber egal, The Rock, hier ist dein BMW, ich hab den schon extra alles in Gold gemacht. Oh, oh, hast du gut gemacht, ja? Ja, ja, ja. Äh, ich hab dir extra auch... Guck mal, The Rock, weil ich ein großer Fan bin, ich geb dir auch einen guten Rabatt, ja? Eigentlich für das ganze 400.000 kosten, aber... Nee, nee, also Bild würd ich gerne nehmen, aber... Nee, ich muss natürlich auch die Materialkosten und so tragen, ne? So, ja, 300.000, Digga, und wir sind beide zufrieden. Äh, hä, ist das dein Ernst, Alter? Nee, ja, was? Du solltest mir 300.000 geben, dass du meine Autos anfassen darfst, hm? Ähm... Ich weiß, und ich hab auch den größten Respekt von dir, bin auch ein Fan und so, aber... Okay, pass auf, ich grüße... Ich grüße noch deine komischen Freunde von gerade eben. Ey, das nicht... Hast du nicht irgendwelche komischen Freunde? Wir machen hier eine Selfie, so. Nein. Ja. Ja. Einmal lächeln. Hey, hey, hey. So, lustig, Fans, The Rock. So, ja, aber The Rock jetzt mal ernsthaft, so Spaß beiseite. So, jetzt verpiss dich für meine Kronstücke, ja? Ich brauch jetzt wirklich das Geld, The Rock. Ja, und ich hab gesagt, verpiss dich jetzt hier, guck mal da. Das ist dein Ernst? Alter. Okay. Verpiss dich mal. Du durftest für mich ein Autotune, ne? Du solltest mir Geld dafür zahlen. Ja, die da vergelt es dann, alles klar. Hey, The Rock. Ich muss nur sagen, ne? Du hast noch eine kleine Schramme hinten in deinem BMW. Ey, jub mich nicht. Ich kauf mir neue BMW. Ey, Leute, was war das denn? Hä? Ey, Leute, das kann ich mir nicht gefallen lassen, Leute. Ich wurde ja voll abgezogen. Ich mein, ich bin ja voll der krasse Fan und so, aber... Ne, ne, Leute, das lasse ich mir nicht machen. Ne, ne. Wisst ihr was? Alles klar. Er will nicht zahlen. Er will nicht zahlen. Dann ruf ich mir das Geld selber. So. Ich hol mir das Geld selber. Ah, Mann. Oh, ich hab eine gute Idee. Taxi, ne? So, wir haben ein ganz kurzes Taxi hier. So, wir werden mal ganz kurz sagen. Ja, wollten sie abholen. Sie sind bei dem... Boah, Leute, genau. Ich fahr den irgendwo hin. Schmeiß den raus und klau schnell ein Auto von ihm. Weil er kann ja auch noch nicht Bescheid geben oder so. Boah, das ist, glaube ich, schlau. Okay, 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 okay. Oh, ich erkenne mich nicht direkt wieder. Ich muss euch schon wieder ein bisschen ändern. Hallo, hallo. Ja, genau so. Okay, so werde ich dann reden, Leute. Und dann werde ich ihn rausholen. Der Rock, der Rock. Schnell. Schnell, Sie müssen zu einer Filmpremiere. Die Manager hat extra ein Taxi gestellt. Alter, scheiße, ich hätte meine Manager nicht umbringen sollen. Ich weiß gar nicht, welche Film ist das überhaupt? Äh, Jumanjiji 3. Äh, okay, komm. Ja, ja. Ich muss mit diesem kleinen Idiot Kevin Hart wieder spielen, ha? Ja, richtig, richtig. Und der kommt, äh, der will halt vor ihm da sein, ne? Das verhindere ich. Äh, warte, meinst du eigentlich den Ernst für meinen Manager, mit einer Triangle-Up-Gold zu wearern, ha? Äh, ja. Nee, das ist eine Fuller-Motibler. Das ist ja noch schlimmer. Ja, aber überlegen Sie sich mal, wenn Kevin Hart vor ihm ankommt, bis wir alle Limousinen haben und so, dann steht er da und kriegt die ganzen Fotos und erzählt, dass sie wieder dumm sind. Äh, komm, fahr mich, fahr los, rede dich. Äh, ja, okay, okay. Perfekt, Leute, wir haben den Rock mit Gold. Wir werden ihn einfach in diesem Film-Dings rauslassen und wenn er sich dann wundert, was da los ist, fahre ich direkt weg und klaue mir direkt das allererste Auto. Und bis er da ist, bin ich schon wieder weg, Leute. Das ist smart und das Geld hole ich mir auf jeden Fall ab. Deswegen, ab schnell zur Filmpremiere. Ja, auf jeden Fall, ne, The Rock, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück bei der Filmpremiere. Also, wir müssen da einmal ganz kurz da... Hinter der Mauer ist die rote, äh, rote Teppich, ne? Ja, ja, hau rein, du Trottel. Guck mal, Leute. Okay, jetzt muss ich mich beeilen, Leute. Jetzt muss ich mich beeilen. Er hat langsam gecheckt. Ich glaube, okay, der hat ein bisschen mehr als ein Erbse im Gehirn, aber gut, das ist auch nicht schwierig, das zu checken. Deswegen, Leute, schnell, schnell, wir sind angekommen hier. Komm, 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 wir müssen uns beeilen. Wach auf, geh doch auf, Tor! Oh, mein Gott, was glauben wir denn als erstes, Leute? Oh, ich hab da auf jeden Fall diesen... Oh nein, was ist das denn? Hallo. Ja, wo ist The Rock hin? Wo ist The Rock hin? Ja, der hat ein Taxi bestellt. Ich bin ja gerade rumfahren gewesen. Der meinte, es ist halt dringend. Oh nein, ich hole den Ross, warten Sie. Ja, ja, gehen Sie schnell. Der Rock, der Rock! Wo ist der Ross, der Ross, der Ross? Komm, 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 komm. Reinsteige, reinsteige! Anmachen! Boah, Leute, okay, wir müssen... Oh nein, was ist der Typ? The Rock ist nicht zu Hause. Okay, kein Problem. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh nein, das ist The Rock. Das ist The Rock. Oh, Jess! Oh mein Gott, oh mein Gott, hab The Rock gerade überfahrt, nein! Oh, aber gut, Leute, der macht eh kein Resting mehr, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Aber hier muss ich von dicken, fetten, goldenen Orus geholt. Oh mein Gott, Leute, okay, den müssen wir uns nicken, Leute. Den müssen wir aber irgendwo verstecken, Leute. Wenn ihr mich kennt, ihr wisst, wo ich gestohlene Ware hinbringe, oder? Ihr wisst, wo ich gestohlene Ware hinbringe, ganz genau, in die Garage am Hafen, Leute. Deswegen, let's go! So, Leute, okay, wir sind jetzt hier angekommen. Oh, Leute, wer hier drin... Weil, Leute, hier drin ist alles schön geschützt. Ihr seht ja, ne, überall Schnee und sonstiges. Nee, 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 lass ich das Auto nicht draußen stehen. So, gerade wenn es schön gold ist. So, okay. Ich würde sagen, das erste Auto haben wir erfolgreich gesnackt. Und wisst ihr was, Leute? Wir werden direkt das zweite holen. Wir werden direkt das zweite holen. So, Entschuldigung, hier, Weihnachtsmann für Arme. Gar kein Problem. So, wir drehen, drehen, drehen. Okay, Leute, jetzt haben wir einen weißen... Oh, Leute, das ändert sogar manchmal die Farbe. Weiß-Schwarz? Oh, gut, nehm ich mit, nehm ich mit. So, Leute, wir fahren jetzt wieder zu The Rock. Wir werden uns das zweite Auto snacken, Leute. Aber vorher werden wir uns Waffen holen, weil ich glaube nicht, dass ich gegen The Rock mal eins gegen eins mit Faustkern gewonnen habe. Ich habe zwar gehört, der hat von Twan die übelste Schelle bekommen und verloren, aber ich bin nicht Twan, Leute. Und deswegen, wir werden uns ein paar Waffen besorgen. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt wieder angekommen bei The Rock, aber diesmal müssen wir... Oh, wir sind ja voll... Oh, ist der Militär? Aber da hinten ist The Rock. Wir müssen das mal ganz gut angucken, Leute. Oh, okay, der hat mich so wirklich mitbekommen. Lass uns mal hier über die Mauer gucken. Lass uns mal über die Mauer gucken. So. Oh, nein, 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 hier komme ich nicht hoch, hier komme ich nicht hoch. Okay, warte, Leute, wir klettern hier drüber, Leute, und dann werden wir ein bisschen sneaken. Let's go! Okay, Leute. Oh, jetzt ist das da hinten in The Rock. Stell dir den Busch rein, schnell den Busch rein. So, mein Name Jo. Mein Jo. Los. Die Mariela ist da, die Mariela ist da. Ich weiß, ich weiß, ich kann noch selbst sehen, Idiot. Ich möchte hier keinen Eintraining mehr sehen. Und wenn ich diesen Typ in der Wische, der gerade meine Urs geklaut hat, ich werde ihn in Stücke reißen. Ja, knallt ihn sofort ab, wenn er kommt. Er wird sterben. Okay. Hat sich mit The Rock angelegt. Verteil das Militär überall. Ich werde mich jetzt ausruhen. Okay. Ach, du halt... Verteilung, Verteilung, Verteilung! Okay, Leute, The Rock ist sauer, Leute. Und es sind echt viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh, zwölf, dreizehn, allein schon hier. Eben habe ich schon welche, 15, 16. Okay, Leute, das wird ein Kampf. Das wird auf jeden Fall ein Kampf, Leute. Vielleicht schaffen wir es noch hin, vorher ein paar so im leisen Modus auszuschalten. Okay, warte mal, wenn ich jetzt... Ja, okay, Leute, wir müssen hier so rumlaufen. Oh mein Gott, Leute, okay, das wird der Kampf aller Kämpfe. Das wird der Kampf aller Kämpfe. So, wir laufen mal hier ganz kurz rum. So, wir haben eine Pistole bei uns. Aber eine Pistole wird nicht reichen, Leute. Eine Pistole wird nicht reichen. Deswegen werden wir die Karabiner rausholen. Und nicht nur irgendeine Karabiner, Leute, die Karabiner. Okay, Leute, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Komm, 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 komm. Wir müssen hier erstmal durch. Oh, da oben auf dem Dach ist einer. Vielleicht können wir den wegsnipen. Vielleicht können wir den wegsnipen, Leute. Ich habe eine extra Schalt gedämpft. Oh nein. Nein, nein, nein. Er hat noch automatisch geschossen. Okay, okay, Leute, wir müssen in Deckung gehen, Deckung gehen. Oh, oh, oh. Los, 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 los. Angreif, angreif. Oh nein, 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 nein. Einer der Generations hat. Wir haben einen Anbrecher hier. Wir haben einen Anbrecher hier. Nein. Oh. Okay, okay, der wurde auch gerichtigt. Can you believe in the Pactings? Ja, kein Überlebender. Da bin ich dabei, Jungs. Da bin ich doch dabei. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weg mit dir. Oh. Oh, wir müssen in Deckung gehen. Oh mein Gott, wie viele sind denn eigentlich hier, Leute? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, The Rock ist langsam wach. The Rock ist langsam wach. Oh. Oh, 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 ja, die Minigun. Oh mein Gott, Leute, okay, wir müssen versuchen, in Deckung zu bleiben. Ist, dass The Rock mit der Minigun auf uns draufkam, weil da gar nicht hinsetzen, Leute. Okay, okay. Wo sind die denn? Oh, hier. Okay, weg mit dem, weg mit dem. Oh, ja, ja, ist ja okay, Bro. Oh, Bro. Weg mit dir. Und weg mit dir auch. So, perfekt, perfekt, perfekt. Oh mein Gott, da sind nicht gerade wenige, Alter. Oh, was haben wir mit dem? Nee, 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 nee. Wie will ich dich mit dem? Wow. Oh. Okay, 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 Alter. Dann werden wir uns einfach das Auto hier mit holen. Dann werden wir uns einfach das Auto hier mit holen. Dann kenne ich nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das für ein Fahrzeug, Alter? Ich schätze, ich glaube, all meine Männer sind tot. Oh, ha. Oh, 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 oh. Mein Spezialfass, denn ihr fliegt zehn Autos. Oh, fuck. Wadab, 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 wadab. Okay, Leute, wir müssen uns eine andere Seite nehmen. Oh mein Gott, was hat der für Autos? Was ist das? Er schießt mit Raketenwerfer. Okay, jetzt müssen wir schnell raus hier, Leute. Wir müssen hier schnell raus. Verdammt, der schießt mit Raketenwerfern. Oh, 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 oh. Geh mal bitte auf, geh, bitte auf, geh, bitte auf. Und let's go, raus, 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 raus. Fernlink-Raketen aktiviert, Fernlink-Raketen aktiviert. Los, los, los. Gas geben. Oh, weg, 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 weg. Wow. Oh mein Gott. Das war close. Nein. Wow. Okay, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Er kicked out. Oh nein, wartet, Leute. Oh nein, Leute, gucken wir oben rechts. Wow. Es wird mit Raketen abgeschossen. Nein, die Polizei ist hinter mir hier. Und zur Seite, Polizei. Wow. Oh mein Gott, Digga. Wow, 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 wow. Guck mal hier. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Zur Seite. Geh weg. Ich werde mit Raketen abgeballert. Oh. Oh, wow. Oh, Leute. Es werden Unschuldige getroffen. Es werden Unschuldige einfach getroffen. Aber, Leute, egal. The Rock hat so seine Fiktion gelernt. Okay, 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 Leute. Wozu haben wir das Auto denn hier? Wozu haben wir das Auto denn hier? Wenn wir nicht Kickdown machen können. Let's go. Ab in die E-O-Händlichkeit und noch viel, viel weiter. Oh, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Okay, hier bremsen, hier bremsen, hier bremsen. Oh mein Gott, Leute. Ey, oh. Ey, das ist auch froh, dass so glatt ist alles und so. Und das Auto echt super schnell ist. Ich finde das Handling nicht schlecht, Alter. Ey, mit dem Auto müssten wir irgendwas machen, Leute. Okay, Leute, jetzt heißt das alles oder nix. Jetzt heißt das alles oder nix. Let's go. Wow, aua. Wow, 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 wow. Okay. Es bringt nix, Leute. Müssen die gerade aus. Oh, perfekt, perfekt. Die sind am blinken, die sind am blinken, die sind am blinken. Ist da irgendwo eine Seitengasse, irgendwo eine Seitengasse. Ja, 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 ja. Hier sind wir sicher, hier sind wir sicher, hier sind wir sicher. Oh mein Gott. Oh, hier ist eine Katze. Alter, ich glaube, wir sind nicht los geworden. Wir sind nicht los geworden. Katze, geh weg. Geh weg, Katze. Wow. Oh mein Gott, Leute, niemals würde ich die Katze überfahren. So. Okay, Leute, wir sind los geworden. Wir sind die Sterne los geworden, die Polizisten. Das heißt, wir fahren das Auto, stellen die Garage rein. Und dann müssen wir überlegen, was wir damit machen, Alter. Wir haben zwei Bamba goldene Autos. Ja, die BMW haben umsonst mäßig getunt, also mit Verlust. Aber, Leute, für die zwei Autos gerne. Dafür zahle ich gerne 300.000, Leute. Erst mal ab zu dieser Garage. Okay, wir sind angekommen, Alter. So, Leute, wir machen am besten. Oh, ich habe eine Idee, an wen wir die verkaufen können. Ich habe eine Idee, an wen wir die verkaufen können. So. Oh mein Gott, Alter. Okay, erst mal eine Kamera rausholen. So. Foto machen, Foto machen. Mal kurz von hier ein Foto machen. Dann ein Foto machen. Super, super, super. So, so, so. SMS an Twan schicken. Perfekt. Und anrufen. Hallo? Äh, Twan, ich habe für dich nette Autos. Guck mal bitte dein WhatsApp. Ich habe dir Bilder geschickt. Warte, warte, warte. Oh, oui. Wow, ma salam. Woher? Äh, woher? Ist vielleicht egal. Willst du kaufen? Ich gebe dir eine Million pro Fahrzeug. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, Deal, Deal. Ja, wo kann ich die abholen? Äh, 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 Hafengarage. Meine Garage in dem Hafen. Äh, wo du meine Klauten Wallen hast. Was ist denn? Nichts, Armin. Ja, hol ich ab. Geld überwiesen. Okay, Leute. Wir haben zwei Minuten gerade überwiesen bekommen. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Tuning für The Rock zu machen. Erfolg war anders heute. Wir haben die abgehoben. Ey, Leute, wenn ihr erfolgreich werdet und Paym oder sonstiges Geld habt, werdet nicht abgehoben. Wir handeln alle gleich, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst endet ihr wie The Rock. Leute, ich würde sagen, das war es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo, den Channel, die auch aktiviert. Checkt die Jungs und den Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, wieder zum nächsten Video. Wenn es wieder heißt, Armin, macht alles. Ciao.